In diesem Jahr ist Temeswar eine von drei europäischen Kulturhauptstädten. Du bist ja Stadtschreiber von Temeswar. Genau. Wo sind wir hier? Du hast gesagt, das ist ein besonderer Ort. Hier müssen wir hin. Genau, hier müsst ihr hin. Das ist nämlich das Museum des kommunistischen Verbrauchers. Genau, guck mal. Die hatten wir. Und auch meine Tante hatte die. Das ist halt ein Ort der Erinnerung, aber auch ein Ort der Geschichte für Touristinnen und Touristen, die halt herkommen und eben etwas über den Kommunismus erfahren wollen. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020